Er ist so groß. Das ist klar. Doppelgroß. Doppelgroß wie ich. Sehr schön. Danke, sehr nett. Du bist aber ganz schön groß. Das geht doch mal nicht. Warte, ich stehe schon auf Stilz. Ja, das ist mal ein Größenunterschied. Mit seinen 2,17 Meter überragt Rupi Cola Wohle einfach jeden Tier auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Ich habe einen Sohn, der ist 1,95 Meter. Da muss ich auch schon hochgucken. Und das ist nochmal eine Schippe drauf. Ja, genau. Ganz schön heftig. Diese Größe ist faszinierend. Ich finde es gut, dass ich nicht so viel zu essen gekriegt habe früher. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch so groß. Ich finde es sehr toll auf jeden Fall. Es gibt nicht so viele seltene große Menschen. Und ich finde es einfach toll. Also ich bin 1,80 Meter. Der ist schon ein bisschen größer als ich. So zwei Köpfe. Schon groß, ja. Am Handy ist er ständig. Schließlich ist er auf TikTok ein echter Star. Sage und schreibe 1,6 Millionen Menschen haben den 21-jährigen Braunschweiger mit nigerianischen Wurzeln abonniert. Dass er ständig von allen hier erkannt wird, gefällt ihm sehr. Die Sprüche kennt er schon. Also ja, der ist voll groß. Guck mal, wie groß der ist. Ah, das ist der eine von TikTok. Oh, das ist der eine von YouTube. Irgendwo kennt man mich. Irgendwo hat man mich schon mal gesehen. Und ja, also ich finde es cool. Also, weißt du, ich bin einfach nur einer, der gute Laune verteilen will. Schon als Teenager überragte er all seine Klassenkameraden. Mit 16 war er bereits rund zwei Meter groß. Und das hatte nicht immer Vorteile. Früher war es halt nicht so gut, weil die mich gehänselt haben. Die sagen, du bist Slenderman, Long Johnny, guck mal, wie groß der ist. Der ist größer als ein Baum. Also es war damals halt, wo man so 15, 16 war, nicht cool. Ich musste das echt oft anhören, immer, wo ich in die Stadt ging. Aber jetzt mittlerweile ist es für mich nichts. Also auch wenn die Leute mich komisch angucken, das ist, ich bin daran gewöhnt. Das ist mein Markenzeichen mittlerweile jetzt. Leute kennen mich halt dadurch und Leute wissen, das ist der eine Junge. Und ja, ich unterscheide mich halt zwischen anderen. In den USA hat er seinen Highschool-Abschluss gemacht. Dort begann auch seine Leidenschaft für Basketball. Und die lebt er jetzt hier in Niedersachsen voll aus. Er spielt bei der SG Braunschweig und macht sich im Team ganz gut. Denn die Körpergröße von 2,17 Meter zahlt sich aus. Jeder Zentimeter ist gut und hilfreich beim Basketball. Also eigentlich gibt es nach oben hin kein Limit. Je größer man ist, desto hilfreicher wird es am Ende. Das Spiel findet in der Luft statt. Die Körbe hängen hoch. Und von daher ist es natürlich immer hilfreich, wenn man ein paar Zentimeter mehr mitbringt. Das hilft ihm auf jeden Fall. TikTok und Sponsoren finanzieren den 21-Jährigen. Dessen größter Traum ist es, später einmal in der US-Basketball-Liga NBA zu spielen. Ich liebe Basketball. Und seitdem ich angefangen habe, es war auf jeden Fall stressig am Anfang. Aber jetzt mittlerweile, ich komme rein, ich werde besser und besser. Der Grind ist da. Vorteile gibt es, klar, beim Basketball-Spielen. Aber natürlich macht seine Größe auch Probleme. Oh shit. Manche Autos sind echt anstrengend reinzukommen. Es hat mir wirklich 30 Sekunden gedauert, dass ich da reinsteige, also dass ich da rein passe. Also ja, es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ja, ich finde es ist lustig einfach. Noch hat er keinen Führerschein, aber ein Auto so langfristig natürlich her. Kabrier nicht. Am besten ein SUV. Am besten ein SUV, aber ich weiß halt nicht welches. Hoffentlich halt ein gutes, wenn ich es geschafft habe mit dem Basketball. Und ja. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn Rupi 2,17 Meter groß ist, wie groß sind dann seine Eltern. Größe liegt aber nicht in der Familie. Meine Eltern sind klein, also beide sind 1,70. Ich würde meine Eltern leider nicht zeigen. Ich hätte gerne über TikTok, weil viele fragen mich jedes Mal, wie groß sind deine Eltern. Ey, mach mal bitte ein Video so, wie groß deine Eltern. Aber ich will halt, das ist ein bisschen Privatsphäre, will ich halt nicht zeigen. Weil es kommt manchmal nicht so gut. Reicht ja auch, wenn er hier der Star auf der Straße ist. Und wer weiß, vielleicht ist er ja auch bald ein NBA-Profi-Basketballstar. Die richtige Größe dazu hat er auf jeden Fall.